Gene Pfeiffer war ein französischer Medievist, Leben, als ehemaliger Schüler der École Nationale des Chartes arbeitete er als Archiver, Lehrer und Schriftsteller. Von 1975 bis 1994 war er Generaldirektor der Archives de France, von 1994 bis 1997 Präsident der Bibliothek Nationale de France. Des Weiteren trat er im Radio vor allem bei Franz Inter als Moderator der Sendung Question Paulist war auf. Pfeiffer wurden einige Ehrungen zuteil. Er erhielt das Großkreuz der Ehrenlegion und des Ordres National du Merit und war Kommandeur des Ordres des Palmes Académiques, des Ordres des AC des Lettre und des Ordens der Eichen Krone sowie Offizier des Bundesverdienstkreuzes. Er starb am 12. August 2014 in Paris an den Folgen einer Krebserkrankung. Schriften Die Kathedrale Notre-Dame, Kolhammer, Stuttgart 1989, ISBN 3-1-7-0-1-0-6-4-8-1 Frankreich im Zeitalter der Lehnsherrschaft 1000 zu 1515 Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1989, ISBN 3-4-2-1-0-6-4-5-2-0 Die Kathedrale Notre-Dame, Kolhammer, Stuttgart 1989, ISBN 4-1-0-6-4-4-3-6-4-4-6-4-5-5-2-0-6-4-5-4-7-0-6-7-5-5-6-5-6-6-6-7-7-6-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-7-6-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Vielen Dank.